Hallo und herzlich willkommen, euer Wizard am Start und das ist nur eine kleine Ankündigung, weil ich gehe jetzt bis Anfang September in Urlaub. Ich werde eine Österreichreise machen im August, ziemlich viel von Österreich anschauen. Ich werde natürlich dabei vloggen, also im September kommen dann die Vlogs raus, jeden Freitag. Ich habe davon, wie viel Videomaterial ich sammle. Ich habe vor, dass ich mich auf Campingplätzen verweile. Und mal die Gegenden so anschaue. Und vielleicht ein paar Vlogs mache ich auf jeden Fall, vielleicht ein paar andere Filmobjekte. Vielleicht treffe ich irgendwen, mit denen ich filmen kann und mal gucken. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt bis Anfang September auf Urlaub. Und dann geht es wieder ganz normal weiter mit Shizu Talks und Kunstarbeiten. Ich werde mir vielleicht etwas überlegen, schauen wir mal, wie es mich bockt. Auf jeden Fall, ich bin im Urlaub, das wollte ich euch nicht sagen. Euch wünsche ich auch einen wunderschönen Urlaub. Und jo, genießt die Sonne für mich und allen anderen. Das war ja besonders unlogisch, aber schaust drauf. Genießt die Sonne, ja. Auf jeden Fall, viel Spaß im neuen Urlaub. Und wir sehen uns dann Anfang September wieder. Ich bin raus. Peace out. Peace out. Peace out.